Ich komm nicht gejumpen, ich kann jumpen. Ich find Zavrocks Travel Mode ist mega geil. Der ist auch leise, oder? Der macht auch keine Schritte, ne? Aber der ist voll laut, der Typ. Den hörst du quer durch den Jungle. Das finde ich eigentlich okay, dass die das so auf Realismus machen. Weil auch Gideon macht ja keine Geräusche. Ja, eigentlich sollte gar keiner Steps machen. Da war ne Muriel. Da war ne Muriel, ja. Die hatten uns nicht gesehen, glaub ich. Genau, also die Steps nur für dich, aber nicht für ihre Gegner hörbar. Ja. Minions are spawning. Macht der Damage Buff, macht physischen Bonus, ne? Der Red Buff. Lasst, bevor ihr attackt, lasst Irby erstmal in Ruhe den Verwurzender. Pass auf, wer kommt. Ja, aber wenn der einen Travel Harten hat, dann ist er eh verwurzelt. Stimmt. Wer nimmt denn den Buff? Ich nehm den. Ja, der Carry. Weil das physischer Schadens Bonus ist. Das war ja meine Frage eben. Ich hab's jetzt halt voll weit, ne? Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Wo seid ihr? Mit Lane oder was? Ach, da hinten. Hier hat der Scheiß drauf. Alle sagen hier, hier, hier. Ich hab keine Ahnung, wovon ihr redet. Warum nicht? Ja, weil ihr einfach beide in unterschiedliche Richtungen gelaufen seid. Du bist auf die Duelane und Alex ist natürlich auf die Sololane. Alles muss er selber machen. Und Sonic hat hier, hier, hier geschrieben. Jetzt hab ich natürlich auf jeden Fall, also als Sololaner kann ich das zukünftig nicht mehr machen. Was denn? Ich hab da jetzt auf jeden Fall den, den Nachteil. Gegen den Quang, der jetzt jetzt... Weil du so einfach halt laufen musst. Ja. Das stimmt. Dschungel-Axt. Was ist das denn? Ich brauch jetzt gleich hier auf jeden Fall möglichst zeitnahen Gang Sonic. Der hat hier so viel Minions und so. Ich hab mir eine Dschungel-Axt gekauft. Warte mal. Was bist du denn? Demorius. Okay. Dann warte mal. Oh, hier ist eine Kalari. Oh. Warum ist denn hier eine Kalari in meinem Jungle? Keine Ahnung. Können da was reißen noch? Ja, okay. Ich kann eine Travel-Mode anmachen. Let's go. Oranya. 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 Oh, ich hab daneben. Er geht nicht rückwärts. Wir haben beide gemisst. Geh weg, geh weg. Digga, ich denke, er geht ein Stück rückwärts, weil er dich sieht. Der hat dich null gesehen. Ich hab damit gerechnet, dass er dich sieht und umdreht. Deswegen hab ich ein bisschen hinter ihn gesetzt. Ich hasse es, wenn ich verliegere, weil die Gegner dumm sind. Äh. Ganz schlimm. Ich denk so voraus. Ich denk so mit und eher so. Also, was ist hier los? Digga, ich bin grad mal Level 2. Er ist Level 4. Oh, die gibt ihn nicht mehr. What? Nein. Okay. Das wird eine crazy Runde hier. Aber ich kann jetzt so eine Axis-Assassin kaufen. Das hab ich ja noch nie gesehen. Hm. Na ja. Ich muss mir noch Wards kaufen, aber ich hab kein Geld. Du bist Jungler, du brauchst nicht unbedingt Wards. Der Jungler ist der einzige, der vielleicht keine braucht. Es ist natürlich immer gut, wenn überall Wards stehen, aber muss nicht sein. Er ist jetzt ordentlich ahead, ey. Da brauchen wir gleich... Guck mal, dass du deine Ulti schnell ready kriegst. Alex, Alex. Bist du ready? Ja. Aber das bringt eh weg, ne? Ah, okay. Aua, aua, die Minions. Konnt der mich sehen? Vorher? Nee. Glaub ich nicht. Spielt man Quang... Hat Quang... Quang macht magischen Schaden und ich brauch physische Verteidigung, Digga. Könnt ich nicht riechen. So ne Scheiße. Quang macht magic damage, ja. El Minions. Damage? Alter, er hat schon sein Ulti ready, Digga. Was ist aber los? Komm zu dir, aber ich bin auch erst Level 4. Bist du ready? Äh, nee, warte, warte. Er fragt, der ist aber noch mitten im Lauf. Warum macht denn der so viel Schaden? Weil der schon Level 6 ist. Muss weg. So. Danke. Okay. Weißt du, es gibt ne Kalari, ne? Hauts auf. Ja, ich hab mein... Nee, hab ich nicht, weil ich... Was Kofik denn? Muss ja irgendwie ausnutzen, dass er jetzt RIP ist, indem ich dann ein bisschen mehr Farm als er hole, weißt du? Da ist ja schon die Kalari. Ja, ich muss mein Wort gleich noch playsen. Wohin ich mich. Geht ihr in Fehl? Nee, ist noch da. Scheiße. Ich baue jetzt doch noch ein anderes Item. Und zwar will ich magische Verteidigung und magische Kraft haben. Diese Hybrid-Items sind echt gut, wo du gleichzeitig den Defense-Typ des Gegners und deinen eigenen Damage-Typ bauen kannst. Das einzige, was ich bei Sephiroth tatsächlich kacke finde, ist die Ulti hier zu treffen. Ist superschwer. Und hier in Borde irgendwo? Ah, du Ohrensohn, Mann. Oha, Alex. Alex. Du weißt ja nix über seine Mutter. Aha, klar. Nein. Steht der hier im Busch, Alter. Anstatt sich den Buff zu holen, der Lauf. Soll ich heute noch mal mit der Sonic? Alter, ich kann nicht überall sein. Ja, ich fack bloß. Weil dann kriegt der Daumen vor meinen Tower. Ja, komm, aber ich hab jetzt Level Up. Also Ulti. Das ist geil. Mit der Ulti können wir was reißen. Dann go, 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 go. Lass ihn porten. Wo ist er hin? Hä? Was war das? Was war das? Jetzt oben. Ui, die mal. Ui, die mal bitte. Ah, ist ja gut. Okay, mit ins Hemd. Na ja. Du hast ja gar kein Ward. So lange, bis der geht, Junge. Oh, wieder einer tot. Rechts ist Mist. Weil hier auch ein Ward von denen steht. So. Ich setz den Ward nochmal in die Mitte, weil die eine Calari haben. Ich muss Calari, okay. Weißt du, wo du den Ward hinsetzen musst? Immer auf die Seite mit den Büschen. Und dann in den hinteren oder vorderen Busch halt. Also rechts ist Mist, ne? Ne, ist nicht Mist. In den Busch rein, meinst du an der Ecke? Ja, immer in die Büsche. Weil die kommen auch immer durch die Büsche. Geh mal weg, geh mal weg. Hast du Ulti? Nein, geh mal weg. Geh mal weg. Musst du mich auch weg jetzt? Was waren wir jetzt hier? Wie Sparrow? Ja, keine Ahnung. Ah, Junge. Alter, ich krieg die Krise. I get the crisis. Der feedet links und kommt dann nach rechts. Wie steht der Revenant? 1-0. Jetzt klaut die mir meinen ganzen Farm, Digger. Ah, Kalei, du Lappen. Aber vielleicht kriegen wir den Quang da jetzt unter Kontrolle, sag ich mal. 1-0. Ja, aber ich kann dir keine Lastus lassen. Ich bin ja kein Support. Also die wird später, die müssen wir später irgendwie beschützen. Alter. Sie zieht ihre Ulti einfach so frontal für den Quang. Für den einzelnen Quang, den die eh nur mit einem Pfeil treffen kann. Was? Geht ihr tot? Geht ihr weg? Yeah! Der Killstealer Sonic am Start, Alter. Er stehlt die Kills. Hier, hier, hier. Oh, Alex, Alter. Ey, komm mal nach rechts Sonic. Triple kill! Ich komme Ja, ich komm doch Geh erstmal in den Jungle in den Gegnerisch Und guck, ob Kalari da ist Kann sein, dass Kalari noch nicht back geht Der Dings hier geht back wahrscheinlich jetzt Wo ist der denn? Irgendwo im Gegner-Jungel Müsste er sein Wenn der nicht back gegangen ist Der kann natürlich auch back gegangen sein Backgammon oder was? Hast du deine Ulti ready? Nee, hier ist keiner mehr Ja, dann komm, warte kurz hier Der Quang kommt jetzt gleich wieder Ich push nicht mehr Komm, ich bin nicht pushen Ich bin auf die Maustaste gekommen Nicht mehr viel Dings Da ist der Quang wieder Sei vorsichtig, dass Kalari jetzt nicht zu dir kommt Ja, aber Quang, wie sollen wir Quang killen? Wenn der jetzt rauskommt Hast du deine Ulti? Hab ich ja gefragt Ja, jetzt wieder Habt ihr Kalari gesehen? Nein Nee Ja, keine Ahnung, der kommt hier nicht hin Ja, der macht gerade nur Last Doch, der macht gerade nur Last Aber der kommt jetzt Der muss jetzt kommen Der hat jetzt viel mehr Minions Die pushen jetzt wieder für mich Also gegen ihn Ich kann jetzt nicht eine halbe Stunde hier im Busch sitzen Ja, jetzt komm Jetzt Go Wo ist denn? Ich muss raus Ich muss raus Digga, der macht mich Die Minions machen mich Die Minions machen mich Ich muss back Pass auf Wenn Kalari jetzt kommt, ist der RIP Ja, ich bin noch so RIP Nee, nee, geh weg Geh weg Ja, ich wollte hier noch Ich hab keinen Mana Ich hab keinen Mana Lass backgehen Aber lass dich vom Dolch treffen Ähm Er zeugt ein Schild Das wär eigentlich ganz geil So, ich hol mir mal den Rotbuff Hm I don't know what to do Rotbuff, Rotbuff Nicht so krass da unten Wie sieht's bei dir aus, Alex? Das war gut Geh den jetzt grad weg Kalari hab ich schon eine Weile noch nicht gesehen Jetzt geht ihn wieder da Siehst du deine KD? Quack wie immer Wieder Ein Feeder Ach, Kalari ist hier Deswegen hat er mich Oh, verdammt Link, äh, rechts ist Mist Loll Crazy shit Okay, Digga Geh dir was Solche Lappen Hat er mich gebetet Im Busch Was baut der Quang denn Ey, da muss ich jetzt gleich nochmal gucken Baut er denn? Ja, warte, ich guck jetzt Der baut Komplett magische Kraft Der hat jetzt schon das goldene Item voll Mit 120% magischer Kraft Nice Wie ist das denn passiert? Die war auf einmal da Lass mal rechts ganken, kommst du mit? Ich war gerade eben rechts Ich bin durchs Portal gekommen Ja, aber da Bleib mal jetzt in der Mitte ein bisschen Ja, wir können da Bleib mal in der Mitte Links braucht Hilfe Ja, ich hab doch gesagt Links gegen Wir gehen in Ported Back Loll, was ist denn das? Ich wurde von einem Ich wurde von einem Von einem Quang gehittet Äh Da oben ist der K Ja, aber der macht nicht Komm nicht ran an den Oh Leute, ich muss schon wieder back Na, warte, warte, warte Sparrow, oh Gott I have to go back Puh Bruder, wir müssen aber ganz schnell los hier Das ist Also Weiß nicht, ob wir das packen Das ist eine Kalari Wieder in meinem Jungle Ich hab wieder Ulti Ready gleich Das ist leider noch keine klare Sache hier Sparrow klaut mir erstmal meinen Fahnen Mach mein Wort weg Kalari ist im Moment absolut broken Ich komm jetzt links nochmal ganken Weil rechts ist halt gepusht Was soll ich machen? Lass mal den Jungle von den Leerräumen kommen Ich vergesse das Problem Der ist noch nicht ab Der ist noch nicht ab So, lass mir die Last Hits hier Du hast die letzten bekommen Hilft der gar nicht Wo ist denn der Gideon? Alex Ah, da hinten Okay Keine Ahnung, noch nicht auf der Lane gesehen Doch, der ist doch da Alex ist mit, ne? Ja Geht ihm später hinten am Tower rum Alter Alter Kalari, Junge Er hat Double blinkt, Alter Achso, das war seine Ability Kill sie doch Ach, nice Ich hab mich gerecht Oh, der Quang, der Quang Alter, auf die Fresse, Junge Geil Guck mal, das ist das ganze Team Das ist doch mal schön anzusehen Ja, das war nice Außer, dass ich noch nicht einen Kill bekommen hab Ey, scheiße Einen Kill, Jackson Ja, ein Kill, Jackson Das wäre ja wohl drin gewesen Sorry, I'll be Jackson Abgebrochen Ja, was ich nervig finde ist Jeder Stun Cancelt jede Ability Und die wird auch zu 100% auf Cooldown gesetzt Mhm Was ist mit Links? Ja, das ist die Final Lane Keine Ahnung Du bist doch hier der Demokakles Wie heißt denn der? Digga, der Tower Alter, Muriel, das ist hinter mir Fuck Was macht denn der Revenant da hinten? Das ist Alex Ich muss mit Kalari wegrennen Das mach ich wohl Achso Dude, Junge Warum rennst du denn da hinten rum? Sag doch, Kalari ist hier Weil ich dir einen Tower gemacht hab Ich hab dir einen Tower gemacht Ja, warum machst du den Tower alleine? Und die ist den Jungle hochgekommen In der Mitte In der Mitte der Mitte Und deswegen konnte ich ja nicht Zu meinen Tower zurück Also hab ich gedacht Komm, renn nicht zu dem Jungle weg Hätt ich auch geschossen, dass das Jungle gekommen wäre Wo ist er hin? Ja Gib ihm Ja, bewegt dich Bevor es ins Portal geht Er hat mich erwischt Kalari hinter dir Machst du auch Schaden? Digga Aha, Kalari hinter dir Naja, ich bin jetzt Oh, ich hab keine Ahnung mehr Aber die kriegt mich nicht kaputt Die kriegt mich nicht Die kriegt mich nicht Ist die blöd Du bist gleich tot, Alter Du bist gleich tot, Alter Ja, jetzt ein Dolchen Dann war's das Ja, also gut Aber Ach, was? Ist die denn gefiedet, Digga? Nein, du bist einfach Du bist einfach wack, Alter Digga, dich die 7-3 Wer war das? Du Wie ich Du hast zu vielet Naja, unter anderem du gerade Ja, 6-3 Stand sie davor Ich komme, Alex Ich komme Halt durch Komm, die machen wir alle Die machen wir alle Okay, okay Okay, ich hab irgendwas abbekommen Geh den nochmal gleich und wegklampfen Hä? Meine Schulterpolster sind weg Oh, meine Schulterpolster Ja, das heißt Digga Das heißt Jetzt hab ich keinen Sex Anscheinend Ist kein Sex? Ja, geht hier in die Triffe und lüchte dich Was ist das für ein Spal hier? Hab ich mich gerade auch gefragt Was war das? Nein, nein In diesem Minion kann man keinen Fähigkeiten-Schaden machen Das ist Fünf Auto-Tags brauchst du dafür Ja, Alex, go, 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 go Okay Große Die geht auf Ginyan Achso Und tot Was? Nee Bring die an, bring die an Ich hab keinen Cooldown Ich hab Cooldown Okay Der krieg ja aufs Maul Überlebt den noch Ich bin gar nicht mehr draufgegangen Sicherlich tot Muss mal weglaufen Sollen wir mal hier Äh Äh Hund machen? Aua, hier Kalari Ich bin tot Jawohl, die ist auch RIP Komm hier Wer ist denn das? Die Sparrow, die kann nix Sehr gut Mach den Hund, mach den Hund Ich kann nicht pingen Hund Das kann alles Das kann alles Den Hund, Alter Das hier Ist so Güne Dog Nice Krieg, find ich, ist auch noch nen Buff Hauptsache, Sonic fragt mich, ob ich überhaupt Schaden mache Digga, ich bin ein Saferrock, was du es erwartet Dass ich Carry baue Schaden erwartet Ich mach ein bisschen magischen Schaden Aber ich bin hauptsächlich auf Tank Warte, ich hab ja 200k Mal inkaufen Hier schon wieder in der Laser Ich guck mal in Grafik In Kofen Wenn man die Treppe runter geht Was willst du machen? Das ist ein Grafik-Bug Wenn man die Treppe runter geht Dieser komische Lasersprall Der war eben schon wieder da In Kofen Wo ist denn der quengelnde Quang? Einmal zwei herbe Hand, da ist er ja Ich hab jetzt mein Death-Item drin Also Kalaik kann mir nix mehr tun Also die können mir gar nix Wo ist er hin? Halt mal ab, die wird hier trotzdem noch was können Mit ihrem Alter, der Quang ist Der hält so viel aus Aua Der hat nur auf der mitgebaut, ne? Die Kalari haut mich komplett aus dem Leben Übrigens noch eine geile Orb-Danken-Idee Mit Quang ein Schwert erlassen Und dann ihm den Orb geben Dann teleportiert er sich zurück Dann gibt's ihm in der Base den Orb Und dann teleportiert er sich zurück Alter Alex, was redest du denn die ganze Zeit da? Bleibt der so lange da stehen? Ich hör kein, versteh kein Wort Weißt du? Kein Wort Versteh kein Wort Der mit seinen Mord-Spielen Alter Irgendwann mach ich mal so ein Lied Und es hat nur Word-Spiele drin Evelyn Evelyn I'm coming Oha, Muriel Krass, wie hoch die fliegt Finde ich auch cool, dass sie einen Knock-Up raushaut Wenn sie landet Fuck, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot Boah, die Fight-Zauern viel zu lange Auf die scheiß Muri, die hol ich mir nicht nochmal Ne, das ist, weil ich ein Tank bin Naja, eben Aber ich krieg's ja auch nicht, dass ich nicht tot Können wir da was machen? Hier, Democlass hier Mach mal hier was Ja, okay Ich bin weg, weg, weg Geht ja auch zurück Alter Kalari, Junge Macht mal irgendwas Ich bin fast RIP Naja, kannst vergessen Kein Schnicken Was mir irgendwie fehlt, sind mehr Lifestyle- oder Lebens-Regenerations-Items Noch mehr Ja, wieso noch mehr? Es gibt doch nur zwei Also, ein Lifestyle- oder eine Lebens-Regenerations- Ja, plus den Start-Items Ich muss mal back und dann Aber das Start-Item bringt halt wenig Value Digga Muss auch mal Live-Dings bauen Marien, Todhauer Wie kann die denn überleben? Er hat sie nicht, okay Gut Job Hier, Democlass, ich komm Das Problem ist, die kann sie unsichtbar machen Dann sieht der Tower sie sofort nicht mehr, ne? Glaube ich Doch, doch Alter, wie viel hält der aus? Geh weg, Irby Irby Sind da alle tot? Außer der Gideon Okay Ja Irby Irby Kann ich ihn killen? Ne, okay Dann lecken sie mich am Uterus Ach, die wollen hier Prime machen Ja, kannst du da jetzt nicken, sind alle wieder da? Nein, komm, lass mal Prime Egal, alle Blends pushen, schaff mal Guck mal, Mitte auch Ja, let's go Komm Ja, das Problem ist, die haben uns alle gesehen, ne? Habt ihr gesehen? Durch das Pit gegangen? Komm, rauf da Ist doch schon, ist doch schon ripped das Ding Easy So, durch den, durch den, durch Oh, what? Oh, der, der Spacko, Alter Alter Soll ich einfach mittendrin, Junge Soll ich machen? Oh, der Damage Pass auf, Alex Sehr schön Democles, stell dich vor die Sparrow Komm, rechtsklick, 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 macht doch einen Rechtsklick Mach doch einen Rechtsklick Warte, Alter Nein, die, die Sparrow Oh, Digga Oh, okay Oh, jetzt musst du peelen, jetzt musst du peelen Digga, spielt auf Zeit, ich geh dir das Ding danken Geh das Ding danken Oh nein Sie hat kein Live Leach Alter, sie kriegt den Nein, was? Nein Alter, vielleicht kriegst du sie noch Mit einer E Ja, okay Und jetzt ne Ulti rein Hab ich nicht Doch Doch, hab ich wohl, warte mal Leute, guckt mal Ja, geil Leute, das war ein crazy Fight, Alter Boah, krass Kalari Boah, Kalari ist tot Das können wir durchpushen eigentlich Oh, fuck Mit 1 HP hab ich da Aber egal, Sparrow ist direkt wieder weg Jetzt rotzen wir die durch die Wände, Leute Jetzt rotzen wir die durch die Wände Go, 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 go Ey, passt auf, ne Wenn der da stirbt Scheiß drauf Aua, 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 nein Oh, ich war schon aus dem Tower raus eigentlich Go, Alex Go, 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 zieh durch, zieh durch Ja, ich bleib drin Boah Ja, nice Alter, schön habt ihr die schön abgelenkt Konne ich ganz entspannt mal dachten War auch ein geiler Fight Und das Witzige ist, wir haben die noch alle platt gemacht, ne Ja, ziemlich Ja, überleg mal Ihr habt den Orb gekriegt Habt dann Gideon, der geflogen ist Und der Ult gekillt Bin unsichtbar schon Richtung Portal gegangen Ja, ganz gechillt Voll krank Also ich war froh, dass wir die Evelyn dabei hatten Ohne die hätten wir es nicht geschafft Ja, genau Die hatten einfach nur 8k Aber stellt euch vor Die Name war Programm bei der gegnerischen Evelyn, ne Ähm, die hatte am wenigsten Ne, Digga, hier ist noch jemand Ach ja, Muriel 6000 Gold Aber hier die Kalari 14,7 Nicht schlecht vom Gegner Ja, Kalari ist immer so gefeedet Aber sie hat auch so viel Damage nicht gemacht Das ist halt so ein Abstaubercharakter Ja, der Alex hat die Kalari halt so hoch gefeedet, ne Ja, das muss man echt sagen, ja Ja, fand ich auch So Crazy